Urok Nummer 27 Посluchaj Rozmowu Johanna Skateju Hör dieses Gespräch Katja, heute ist Donnerstag. Erinnerst du dich an unser Treffen morgen? Ist es schon das Wochenende? Wie doch die Zeit vergeht. Ja, und ich möchte mit dir in das neue Restaurant im Stadtzentrum gehen. Oje, es tut mir leid. Ich kann nicht. Ich bin sehr beschäftigt morgen. Hör noch einmal zu. Katja, heute ist Donnerstag. Erinnerst du dich an unser Treffen morgen? Es ist schon das Wochenende. Wie doch die Zeit vergeht. Ja, und ich möchte mit dir in dieses neue Restaurant im Stadtzentrum gehen. Oje, es tut mir leid. Ich kann nicht. Ich bin sehr beschäftigt morgen. Hör zu und wiederhole. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Donnerstag. Cetver. Donnerstag. Ak. 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 Tak. Tag. 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 Donner. Donner Donners Donnerstag Heute ist Donnerstag Heute ist Donnerstag Ist heute Donnerstag Ist heute Donnerstag Heute ist Donnerstag Donnerstag und morgen ist Freitag Heute ist Donnerstag und morgen ist Freitag Ich mag keine Montage, aber ich mach Freitag Ich mag keine Montage, aber ich mach Freitag Was sind deine Pläne für Donnerstag? Was sind deine Pläne für Donnerstag? Ich habe vor zu arbeiten Ich habe vor zu arbeiten Ich habe vor, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu arbeiten Ich habe vor, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu arbeiten Du bist sehr beschäftigt Du bist sehr beschäftigt Ja, ich habe vor, die ganze Woche zu arbeiten Ja, ich habe vor, die ganze Woche zu arbeiten Ja, ich habe vor, die ganze Woche zu arbeiten Ich habe keine Pläne für diese Woche Ich habe keine Pläne für diese Woche Hast du irgendwelche Pläne? Hast du irgendwelche Pläne? Es tut mir leid, ich kann diese Woche nicht Es tut mir leid, ich kann diese Woche nicht Es tut mir leid, ich kann diese Woche nicht Ich muss zur Arbeit gehen Ich muss zur Arbeit gehen Ich muss zur Arbeit gehen Na, schade, mir muss ich zu arbeiten gehen Leider, ich muss zur Arbeit gehen Leider, ich muss zur Arbeit gehen Was sind deine Pläne für Montag? Was sind deine Pläne für Montag? Was sind deine Pläne für Montag? Ich habe keine Pläne für Montag 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 Ich mache heute Das ist meine Pläne für Montag Es ist traurig Es ist traurig Menissum Ich bin traurig Nessumui Sei nicht traurig Sei nicht traurig Bist du traurig? Es ist traurig, was du sagst Es ist traurig, was du sagst A що ти думаєш про вечір вівторка? Was ist mit dienstagabend? Was ist mit dienstagabend? Johann говорит Erinnerst du dich an unser Treffen morgen? Ti pamiętajš pro нашu завtraschniu zustrich? Hör zu und wiederhole Sich erinnern an Pämiatate An 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 Er Er Innan Innan Erinnern Unser Un 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 Sehr 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 Un 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 Treffen Soğ Treffen Treffen Fenn 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 Tre Treff 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 Treffen 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 Зустріти Treffen Ти вже ознайомився з визначенням офіційної зустрічі. Термін Treffen Ми використовуємо, коли говоримо про неофіційну дружню зустріч. Ти пам'ятаєш про нашу завстрасню зустріч? Ти пам'ятаєш Ти пам'ятаєш У мене завтра сустріч. Ти пам'ятаєш Ich habe morgen ein Treffen. Mit wem triffst du dich morgen? Mit wem triffst du dich morgen? Morgen habe ich ein Treffen mit den Eltern. Morgen habe ich ein Treffen mit den Eltern. Morgen treffe ich mich mit meinen Freunden. Morgen treffe ich mich mit meinen Freunden. Und du sollst versuchst? Hast du ein Treffen morgen? Hast du ein Treffen morgen? Ja, ich bin beschäftigt. Ja, ich bin beschäftigt. Katja zappetuje. Es ist schon das Wochenende, wie doch die Zeit vergeht. Woche. Woche. En. 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 Wo. Wo. Nde. Ende. 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 Wohchenende. 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 Ist schon Wochenende? Ne mожу duchekatis a wechidnig Ich kann das Wochenende nicht erwarten Ich kann das Wochenende nicht erwarten Pjatnice, zevje wechidni? Ist Freitag schon Wochenende? Tak, ne mожу duchekatis a Pjatnice Ja, ich kann kaum auf Freitag warten Ja, ich kann kaum auf Freitag warten Wie doch die Zeit vergeht Hör zu und wiederhole Wie doch die Zeit vergeht Alle zätschasseltäť Geht 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 Wie doch die Zeit vergeht Wie doch die Zeit vergeht Wohinbar, aber jetzt geht es Es ist schon das Wochenende, wie doch die Zeit vergeht Es ist schon das Wochenende, wie doch die Zeit vergeht Es ist 10 Uhr nachts, wie doch die Zeit vergeht Es ist 10 Uhr nachts, wie doch die Zeit vergeht Johann sagt Ich möchte mit dir in dieses neue Restaurant im Stadtzentrum gehen In dieses neue Restaurant Do цього нового Restaurant Hör zu und wiederhole Neues Restaurant Новый Restaurant Neue 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 Ne 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 Neue Neue Ich möchte mit dir in dieses neue Restaurant im Stadtzentrum gehen Ich möchte mit dir in dieses neue Restaurant im Stadtzentrum gehen Ich möchte mit dir in diesem neuen Restaurant im Stadtzentrum gehen Ich habe ein neues Restaurant im Stadtzentrum gehen Ich habe ein neues Kleid gekauft 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 Wohna nova? Ist es neu? Oh nie, wybacz, ne zmожу, ja zavtra duże zainäta Ui, es tut mir leid, ich bin sehr beschäftigt morgen Oje, es tut mir leid, ich bin sehr beschäftigt morgen Katja забыла, продомовленный встреч, и теперь хочет исправить ситуацию Послушай, что она говорит, и как зареагирует Johann Hör dieses Gespräch Es tut mir leid, Johann, ich habe über unser Treffen vergessen Was sagst du zu einem zusammen verbrachten Wochenende? Was werden wir tun? Am Samstag können wir ins Restaurant und dann zur Party meines Freundes gehen Um wie viel Uhr? Um 9 Uhr abends Okay, und am Sonntag? Warum gehen wir nicht an den Strand? Das ist toll Hör noch einmal zu Es tut mir leid, Johann, ich habe über unser Treffen vergessen Was sagst du zu einem zusammen verbrachten Wochenende? Was werden wir tun? Am Samstag können wir ins Restaurant und dann zur Party meines Freundes gehen Um wie viel Uhr? Um 9 Uhr abends Okay, und am Sonntag? Warum gehen wir nicht an den Strand? Das ist toll Katja говорит Es tut mir leid, Johann, ich habe unser Treffen vergessen Pereproshui, Johann, я забула про нашу зустрич Hör zu und wiederhole Vergessen Zabuti Vergessen Pereproshui, Johann, ich habe ein paar Jahre altes Sen 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 Gessen 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 Fair 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 Vergessen Vergessen Pereproshui, Johann, ich habe unser Treffen vergessen Es tut mir leid, Johann, ich habe unser Treffen vergessen Na жаль, я забуваю Leider, vergesse ich Leider, vergesse ich Leider, vergesse ich Ich habe etwas vergessen Ich habe etwas vergessen Ne забудь про меня Vergiss mich nicht Vergiss mich nicht Что ты скажешь про спільно проведені выходні? Hör zu und wiederhole Was sagst du zu einem zusammenverbrachten Wochenende? Was sagst du zu Что ты скажешь про? Sagen Сказати Sagen Gen 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 Sa 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 Sagen Sagen Ein zusammenverbrachtes Wochenende Spільні выходні Zusammen Разом Ri En 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 Men Men Sam Sam Sam, zusammen, zu, 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 zusammen. Was sagst du zu einem zusammen verbrachten Wochenende? Was sagst du zu einem zusammen verbrachten Wochenende? Was sagst du dazu? Pidemo tudirazum. Lass uns dort zusammen gehen. Lass uns dort zusammen gehen. Скажи schon nibuć, будь laska. Sag etwas bitte. Sag etwas bitte. A jak ty скажiesz? Može pidemo v piatnicu u Restoran? Warum gehen wir nicht in dieses Restaurant am Freitag? Warum gehen wir nicht in dieses Restaurant am Freitag? Ich muss am Montag zur Arbeit gehen. Ich muss am Montag zur Arbeit gehen. Ich habe vor, am Montag zur Arbeit zu gehen. Ich habe vor, am Montag zur Arbeit zu gehen. Was ist mit Dienstagabend? Was ist mit Dienstagabend? Und ich bin beschäftigt am Montag und am Dienstag. Und ich bin beschäftigt am Montag und am Dienstag. Ich gehe am Montag zur Arbeit. Ich gehe am Montag zur Arbeit. Ich komme in 13 Minuten an. Ich komme in 13 Minuten an. Autobus präzge ich seit 10 Minuten. Mein Bus kommt in 10 Minuten an. Mein Bus kommt in 10 Minuten an. Ich habe Kochunterricht am Mittwoch. Ich habe Kochunterricht am Mittwoch. Ich habe Kochunterricht am Mittwoch. Was für eine Art Unterricht ist es? Was für eine Art Unterricht ist es? Ich koche gern. Ich koche gern. Katja говорит. Am Samstag können wir ins Restaurant und dann zu Pate meines Freundes gehen. Am Samstag können wir ins Restaurant gehen. Am Samstag? W Subotu. Samstag? Subota. Ak. 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 Tak. Tak. Stag. 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 Sam. 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 Samstag. Am Samstag können wir ins Restaurant gehen. Am Samstag können wir ins Restaurant gehen. Am Samstag können wir in dieses neue deutsche Restaurant gehen. Am Samstag können wir in dieses neue deutsche Restaurant gehen. Heute ist Samstag und das Wochenende. Heute ist Samstag und das Wochenende. Am Samstag gehen wir ins Restaurant zusammen. Am Samstag gehen wir ins Restaurant zusammen. Am Samstag gehen wir ins Restaurant gehen. Und dann zur Pate meiner Freundin. Und dann? Pate der Freundin. Pa, pa, pat, 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 patel. Na Vecirku to mojeji podroje. Zur Pate meiner Freundin. Zur Pate meiner Freundin. Ti хочеш прийти na moju Vecirku? Möchtest du zu meiner Parti kommen? Möchtest du zu meiner Parti kommen? Ja, ich komme um acht Uhr. Ja, ich komme um acht Uhr. Das ist die Parti meines Vaters. Das ist die Parti meines Vaters. Ja, ich komme um acht Uhr. Ja, ich komme um acht Uhr. Um neun Uhr nachmittags. Um neun Uhr nachmittags. Okay, und am Sonntag? Sonntag. 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 Okay, und am Sonntag. Ja, nicht am Sonntag. Ich kann nicht am Sonntag Ich kann nicht am Sonntag Subbota und Niedzielä, das sind Wochenende Samstag und Sonntag sind das Wochenende Samstag und Sonntag sind das Wochenende Niedzielä, das ist Kinez Tischnü Sonntag ist das Ende der Woche Sonntag ist das Ende der Woche Warum gehen wir nicht an den Strand? Das ist toll Może pidemo na Pliash Warum gehen wir nicht an den Strand? Warum gehen wir nicht an den Strand? Wenn? Wann? Pidemo na Pliash vnedilü Las uns an den Strand am Sonntag gehen Las uns an den Strand am Sonntag gehen Pidemo auf den Strand am Sonntag Pidemo auf den Strand am Sonntag Treffen Treffen Züstrich Treffen Treffen Wochenende Kinez Tischnü Wochenende Wie doch die Zeit vergeht Alle zay czas letigt Wie doch die Zeit vergeht Neue Новый Neue Vergessen Zabuti Vergessen Was sagst du zu? Scho ty skarzesz pro? Was sagst du zu? Zusammen 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 Sonntag Nedilla Sonntag Dann Potem Dann Party Vechirka Party Kinez Uroku Nomer 27 Urok Nomer 27 Posluchaj Rozmowu Johana Skate Hör Dieses Gespräch Katja Heute Ist Donnerstag Erinnerst Du Dich An Unser Treffen Morgen? Is Es Schon Das Wochenende Wie doch Die Zeit Vergeht Ja Und Ich Möchte Mit dir In Das Neue Restaurant Im Stadt Zentrum Gehen Oje Es Tut Mir Leid Ich Kann Nicht Ich Bin Sehr Beschäftigt Morgen Hör Noch Einmal Zu Katja Heute Ist Donnerstag Erinnerst Du Dich An Unser Treffen Morgen? Es Ist Schon Das Wochenende Wie doch Die Zeit Vergeht Ja Und Ich Möchte Mit Dir In Dieses Neue Restaurant Im Stadt Zentrum Gehen Oje Es Tut Mir Leid Ich Kann Nicht Ich Bin Sehr Beschäftigt Morgen Hör Zu Und Wiederhole Heute Ist Donnerstag Heute Ist Donnerstag 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 Ak Ak Tag Tak 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 Stak Stak Donner 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 Donners Donnerstag Sjogodni Čtver Heute Ist Donnerstag Hojte Ist Donnerstag Sjogodni Čtver Heute ist Donnerstag und morgen ist Freitag. Heute ist Donnerstag und morgen ist Freitag. Ich mag keine Montage, aber ich mach Freitage. Ich mag keine Montage, aber ich mach Freitage. Was sind deine Pläne für Donnerstag? Ich habe vor zu arbeiten. Ich habe vor zu arbeiten. Ich habe vor, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu arbeiten. Ich habe vor, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu arbeiten. Du bist sehr beschäftigt. Ja, ich habe vor, die ganze Woche zu arbeiten. Ja, ich habe vor, die ganze Woche zu arbeiten. Was sind deine Pläne für diese Woche? Was sind deine Pläne für diese Woche? Ich habe keine Pläne für diese Woche. Ich habe keine Pläne für diese Woche. Ich habe keine Pläne für diese Woche. Ich habe Pläne für diese Woche. Es tut mir leid. Ich kann diese Woche nicht. Es tut mir leid. Ich kann diese Woche nicht. Ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss zur Arbeit gehen. Ich habe keine Pläne für diese Woche. Ich habe keine Pläne für diese Woche. Ich habe keine Pläne für diese Woche. Ich habe keine Pläne für Montag. 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 Ich bin traurig. Sei nicht traurig. Bist du traurig? Es ist traurig, was du sagst. Es ist traurig, was du sagst. Was ist mit Dienstagabend? Johann sagt, erinnerst du dich an unser Treffen morgen? Hör zu und wiederhole, sich erinnern an. Pamätate. An 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 Er 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 Inan Inan Erinnern Erinnern Unser Un 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 Zer 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 Unser Unser Treffen Zer 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 Treff Treffen 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 Зустріти Treffen Ти вже ознайомився з визначенням офіційної зустрічі. Термін Treffen Ми використовуємо, коли говоримо про неофіційну дружню зустріч. Ти пам'ятаєш про нашу завстаршню зустріч? Ти пам'ятаєш про нашу завстаршню зустріч? Ти пам'ятаєш про нашу завстаршню зустріч? У мене завтаршню зустріч? Ти пам'ятаєш про нашу завстаршню 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 зустріч? У тебе завтаршню зустріч? Ти пам'ятаєш про нашу завстаршню зустріч? Ти пам'ятаєш про нашу завстаршню зустріч? Катя запитує Вже вихідні? Тобто кінець тижня Воге Воге Nде Ende Ende Wochenende Wohenende Wohenende Ist schon Wochenende? Ist schon Wochenende? Ne mожу dочекatysa wechidnych Ich kann das Wochenende nicht erwarten Ich kann das Wochenende nicht erwarten Ja, ich kann kaum auf Freitag warten Ja, ich kann kaum auf Freitag warten Wie doch die Zeit vergeht Hör zu und wiederhole Wie doch die Zeit vergeht Alles ist jetzt los Geht 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 Geh 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 Geht Alles ist das Littet Wie doch die Zeit vergeht Wie doch die Zeit vergeht Es ist schon das Wochenende Wie doch die Zeit vergeht Es ist schon das Wochenende Wie doch die Zeit vergeht Es ist 10 Uhr nachts Wie doch die Zeit vergeht Es ist 10 Uhr nachts Wie doch die Zeit vergeht Johann говорит Ich möchte mit dir in dieses neue Restaurant im Stadtzentrum gehen In dieses neue Restaurant Do цього нового Restaurant Geh zu und wiederhole Neues Restaurant Neue 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 Neue